Achso, sowas will ja keiner sehen. Jetzt will gar keiner irgendwas sehen. Achso, weil keiner da ist. Ja, wenn man es genau nimmt. Jetzt muss ich mich wieder zurückhalten, das ist auch nicht schön. Wieso musst du dich zurückhalten? Ja, weil... Wie ist denn da läuft? Mein Kollege, ja, der hat schon ein bisschen weiter gespielt. Der sagt, wir kommen jetzt auf eine Brücke. Und man kann oben und unten lang. Unten ist langweilig. Oben ist Action. Hast du zugehört? Wie bitte? Hast du zugehört, was ich gerade gesagt habe? Achso, ja, du hast eben gesagt, dein Kollege hat weiter gespielt oder so. Genau. Sollen wir dann oben oder unten lang? Oben ist Action. Ist ja egal. Ja, lassen wir mal weitergehen. Es gibt ja bis jetzt noch einen Weg. Ne, es gibt zwei Wege. Über die Brücke oder unten drunter. Müssen wir uns halt vorher überlegen. Wieso gehst du drüber und ich drunter? Ne, wir müssen ja im Team spielen. Du Spaßbogel. Ja, wir haben einen Splitspeed. Wir können sehen, was wir machen. Ja, aber sowas kannst du alleine zum Beispiel nicht machen. Ich bin für Action eigentlich. Ja, wenn wir oben langläuft, über die Brücke, muss man halt wahrscheinlich kämpfen und unten kann man einfach runterschleichen. Das wird's wahrscheinlich sehr oft, weil wir haben ja keine Waffen. Und ich weiß noch nicht, ob wir uns erlaubt, das überhaupt zu schießen. Ja, wo bist du? Ach, ich mach einfach. Du siehst mich doch auf dem Screen, oder? Pass auf, dass der dich nicht sieht. Ja, wenn. Ich weiß noch nicht. Du möchtest schon immer mit dir im Gewisch abhängen. Das ist einer meiner größten Träume. Ja, ich seh schon. Keine Schlage. Die Frage ist, wo müssen wir überhaupt ticken? Na guck mal, das ist ja schon viel weiter. Ich bin auch der bescheidene und wesentlich erfahrenere Spieler. Wollte ich immer mal sagen. Na ja, also höchstens von den Spieljahren, aber nicht unbedingt vom Skill. Oh, wir müssen wieder ein Doppel, äh, na Kill vielleicht nicht, aber... Keine Ahnung. Ah, okay, warte mal. Das war wahrscheinlich wieder was mit L2 und... Naja, zeigt's ja an. Bist du fertig, oder? Ja, okay. Dann los. Ja, ich links. Ja, wo ist es? Schnell, 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 schnell. So was zu langsam. Mich haben sie ja noch nicht. Ja genau, jetzt ist das Geld, wenn wir nur wieder ausbrechen müssen, ne? So. Äh, jetzt. Papieren? Ich hätte es ja einfach heruntergestoßen, aber naja. Und die Waffen hätte ich mitgenommen, vor allen Dingen. Wieso gehst du da jetzt? Das ist gestriptet, das war ich nicht. Ja. Jetzt kommt die Brücke wahrscheinlich. Bitte? Careful. 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 Ich könnte den einen da mal umhauen. Okay, wir gehen grad unten lang, habe ich festgestellt. Na ja. Ist ja auch eigentlich realistischer als jetzt Konfrontationskurs. Es wird sicherlich trotzdem noch zu irgendeiner Konfrontation kommen. Oh ja. Aber wo du ja gerade fit bist in Rennspielen, oder? Geht. Du könntest das ja machen. Ja, dann bist du auf jeden Fall der Fahrer als nächstes. Okay, ich nehme an, wir müssen fahren. Ah, jetzt kommt die Brücke. Scheiße. Ich bin an Stau da. Jetzt ist die Frage, ob man einen erwischen kann und der andere nicht. Ne, warte mal, warte, warte, warte. Ja, ja. Ich kann mal auf die Objektivke. Ah, gute Idee, gute Idee, gute Idee, gute Idee. Sei einfach bescheid, ich kann jederzeit greifen. Aber... Ne, ne, passt schon, du greifst ihn jetzt. Ich kann selber klettern, ne? Naja. Sag Bescheid, wenn du ihn hast. Ich bin fast da, ach du hast eh schon die Objektivke. Naja, schnappen dir. 3, 2, 1, ja. Easy. Eigentlich könnten wir uns die Uniformen einfach schnappen. Was ist das? Kannst du die aufnehmen? Die Regenjacken von den Cops anziehen wäre sinnvoll vielleicht. Ich kann sie rumkicken. Nicht schlecht. Ich lauf mal weiter. Ich kann sie umbauen. Kannst du auch mal mit dem Teabagel? Ich kann sie umbauen. Ich kann sie umbauen. Das ist alles. Ja, man. Wir haben das. Wir werden hier. Ja, wir haben das. Ich schnapp mir den am Auto jetzt und dann können wir uns ja überlegen ob wir genau rüberlaufen oder unten. Unten wäre glaube ich rechts lang. Mir ist aber egal. Warte mal. Warte mal. No, it's way too high. Too risky. I say we take that guy out. Take this car. Cross the bridge. What are you crazy? Don't like heights man. Wins dem Sack. Ah, okay. Also du willst um... Ne? Such was aus. Ich bin unentschlossen. Ich bin sicher. Ja, du musst kommen. Aber du bist der Fahrer. Okay? Warte, lass mich schnell umhauen. Ja. So. Boah. Ach cool. Das ist ja mega. Mal versuchen, ob ich ihn umfahren kann. Ach du Scheiße, war das schlecht? Oh Gott. Oh Gott. Überleben. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen bremsen. Äh, nein. Ich hab nicht gebremst. Das war wahrscheinlich nicht so gut. Ja gut, dann fein jetzt. Ne, passt schon. Wir nehmen ja. Wir sollten jetzt nur schnell abhauen, glaub ich. Ich hab noch nie Hunde gesehen, die so langsam rennen. Lächerlich. Wahrscheinlich ist ein Pudel schneller als ein Mensch. Oh shit, mich hat er. Nice dobermann. Ich hab ja. Naja, aber wahrscheinlich infiziert sich bloß in der Arm muss amputiert werden, aber was soll's. Fang mich, Bro. Fang mich, Bro. Wie romantisch, weißt? Ach du Scheiße. Den hättest du weggerissen, weißt? Der andere wiegt einfach mal noch mehr als er. Oh, doges. Naja, nicht schlecht. So ein Auftakt. Das war rührend. Die Bromans, äh. Ach, kompletter Karp jetzt, ja. Oh, okay. Bliad. Ach so, ich dachte das sind Russen. Hey, hey. Hey, hey. Just tell him, this is Nadir. Oh no. Got it? This is Habe. Die Sprache ist so cool. The price must come down. The price must come down. Ah, schau. Hm. Das ist unser Verräter, oder was? Ja, man. Ja, man. Der hat, äh. Obwohl sie mit deinem Bruder spielen. Alter. Das ist wahrscheinlich Vinzen's Bruder. Ach, was. Vinzen's Bruder. Ach so. So eher auf. Du hast ja auf den anderen Ackern hineint. Alter. Du hast das hier zu kaufen. Du hast ja nicht geklärt. Kannst du ihn umgarst. Ja. Oh, mein Lieber? Ich hätte es für euch. Nein. Natürlich. Ich hätte das nicht gehört. Ich hätte es für euch am Ende. Ich hätte es für euch nehmen. Ich hätte das für euch machen können. Dann hätte man sich die Verhandlungen ja auch sparen können eigentlich, hätte man ja auch einfach gleich, naja egal. Dem war wohl die Sprache auch ein wenig zu harsch. Ist einfach... Fehlübersetzung gewesen, haben sich nicht richtig verstanden. Könnt ihr ein Haus bauen und fischen gehen. Oh ja. Jetzt Gleitschirmen fliegen. Durch die Bäume. Hashtag MeToo? Wir können uns ja von Laub ernähren. Kommen wir gleich mal nach irgendwelchen Blut oder so. Wir haben ja auch schon was eingebaut. Ne, wir müssen was zum Fressen erstmal suchen. Vor allen Dingen. Ich darf mal vor. Ich kann sogar hier lang. Hier gibt es 100 Horas. Okay, ich kann hier entspannen. Ja, ich suche dabei was zu essen. Das ist so dein Plan, oder? Vielleicht esse ich es aber dann allein. So, ich bin jetzt... Ja, ich komme hier nicht weiter ohne dich. Oh ja. Klasse. Schauen wir mal, wo du bist. Dann. Wenn man das alleine spielt, ist der andere Spieler eine CPU oder was? Ne, geht nicht. Kann man gar nicht allein spielen. Nein, nein. Two-Player auch nicht. Ist ja scheiße. In Zeiten wie diesen haben wir viele gar keine Freunde. Ja, ich finde das jetzt schon nicht... Ja, ja, nee, deswegen gibt es ja auch einen Online-Code. Perfekt für so Leute wie uns. Okay, wie du es dir kaufst und dann wartest, dass jemand joint und du sitzt einfach vier Stunden. Keiner ist da. Er steht... Ne, er steht wirklich auch ganz offensichtlich auf der Verpackung vorne drauf. Sag mal, bist du hier überhaupt lange da? Ja, nur für soziale Menschen steht drauf, oder? Ähm, warte mal. Wo ist denn Verpackung? Ah, Moment, ich stehe jetzt einfach blöd rum. Sie müssen mindestens so sozial sein, um spielen zu können. Ja, hier gelb. Ne, Rainer Coop-Zitel. Beispiele. Rain. Da steht's. Rain. Rainer. Rainer. Bei Rainer fällt mir nur einer ein, aber das lassen wir jetzt mal. Ich kann auch nur einen Rainer, aber der wird es auch nicht sein. Mit dem muss spielen, der weiß, wie es geht. Los, servus. Grezi. Hans Schmidt anpacken. Was gibt's denn für Probleme? Wo warst meine Hilfe? Komm, komm, hier, komm. Oh, Papa. Wollen wir mal? Oh, Gott. Oh, Gott. Wollen wir mal? Man hätte doch einfach über den Ast rübersteigen können oder unten durchkrabbeln, aber naja. Hey. Macht schon Sinn. Genau, deswegen qualmt's auch. Ein bisschen Speck und Wohnen wär jetzt geil. Oh, Fische. Fischis. Oh, ich will einen haben. Hol dir halt einen. Das ist ja geil. Hui. Ich schlitt's nicht nah. Alter. Gay-Duell. Hui. Das ist das Scheiße. Hab's doch für ein Sohn sein, glaube ich. Das Wasser sieht ganz gut aus, eigentlich. Warte mal, ich scheuche sie mal in deine Richtung. Geh mal andersrum. Da kommen die auf dich zu. Nein, geh mal in die andere Richtung. Vielleicht kannst du dir ein... Kannst du dir vielleicht eingreifen. Was ist das? Nee, es gibt keine Option. Hm, ist ja komisch. Du kannst uns nur gegenseitig nass prämpfen. Alter. Alter. Sorry, wenn du jetzt taub bist. Danke, danke. Alles gut. Alles gut. Alles klar. Alles klar. Ach, pass auf. Ach, ist ja geil. Ich glaube, ich kann jetzt schon. Na klar. Ich scheuche sie zu dir. Na komm, es ist ja fischi, fischi, fischi. Du hast doch verscheucht. Ach, sind sie jetzt gar nicht mehr da? Wir sind hier jetzt wieder, ich scheuche sie jetzt in deine Richtung. Ah, sie kommen schon, sie kommen schon. Ja, bleibt einfach stehen. Wenn du dich bewegst, taub dir ab. Du hast noch nie fischen. Da sind sie, schau. Auf die Weise. Nice. Ich habe einen Stock jetzt. Ja, da gab's. Willst du die Ruhe essen? Also erstmal könnte man das, aber hier ist ja ein Feuer. Ich mache mir auch einen Speer. Das ist ja bescheuert. Das ist ja voll dumm. Du brauchst mehr Holz. Ich habe dich jetzt auch geteppt. Ja, ja. Ich habe dich auch gestanden. Ja, spannend. Kann ich den irgendwo ablegen? Ach doch, tatsächlich. Ja, wenn du mir hilfst, kriege ich bestimmt einen Fisch. Ja, aber jetzt soll aber jeder einen fangen, stand da. Oder steht immer noch da. Ich kriege keinen, solange du den nicht zu mir her scheust. Nein, Moment. Ich muss mich jetzt in Zweifel machen. Es macht ja keinen Sinn. Ohne zweiten Fisch. Doch, 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 doch. Lass es erstmal. Okay, ich mach das denn. Wir haben es mal. Ich bin schon da. Auf die Weise ist es gut, da kann man gleich alles, was drin ist, rausholen und aus dem Fisch in den gleich grillen, wenn er eh schon aufgespießt ist. Jetzt habe ich voll Bock auf Fischgrillen. Und meine Fischgrillen. Was ist dein? Ich bin gut. Also, du bist ein schwerer Mann, oder? Also, es ist nicht so, dass wir hier vieles haben. Ja. By the way, was hast du in für? Was hast du nicht gemacht? Also, du bist inocent, oder? Also, wir sind alle. Ich bin inocent, auch, du kennst. Ja, sicher bist du. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? You too. And a kid. Alex. Fucking missen, man. Wenn man schon ein Kind hat, dass Alex heißt, dass man gerade alles hat. Hey, ne, weil es ja vorhin noch unklar war, aber es ist wirklich so, dass von dem, wenn man es ja noch was gebrochen hat. Meinig. Okay. 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 Ich muss wissen, was deine Geschichte mit Harvey ist. Okay? Okay. Was ganz wichtig im Stream ist. Oh was ist denn passiert? Meduschen. Achso, ich wollte jetzt noch warten bis ich fertig bin. Ich bin verletzt für den Mörder von meinem eigenen Bruder. Wow, das ist wirklich schwer, Mann. Ja. Entschuldigung. Oh shit. Danke. Alles klar. Na dann Prost. Prost. Ich halte aber. Okay. Was? Ich hab nur kurz im Chat was geschaut. Ja, ich hab echt den Drang so irgendwie jede Ecke mal abzugucken. Ja, das ist leider nicht das richtige Spiel dafür. Ja. Dann hol dir lieber Witcher 3. Ja, das ist... Das ist super. Ich hab noch nicht genug Zeit dafür. Tatsächlich hab ich mir schon Nenoponi 2 geholt, aber ich hab's noch nicht angefangen. Also wenn dann will ich das... Was hast du dir geholt? Nenoponi 2. Ah, okay. Ja. Na Secret of Mana warte ich immer drauf, dass es gepatcht wird, dass die ganze Fehler wechseln und dass es günstiger wird. Ich brauch dich mal wieder, aber irgendwann bist du bestimmt da. Irgendwann ist der andere Schutz. Ich mach so lange Industrial Techno. Ja. Gib mir eine Hand, Leo. Ah, ne. Oh, sorry. Komm. Muss ich schon wieder helfen? Ja, allein bin ich nicht stark genug, das Blech wegzubiegen. Ja, früher war alles besser. Aber Spiels... Meine ich eh sowieso. Ja, da die an einem Radio hören, denke ich mal, ja. Das ist mal Betzi holen. Du bist verrückt. Es ist ein ganzes Paar. Wir können das nicht machen. Ich meine nicht so gut, Mann. Ich meine, wir haben sie zusammengezogen. Wir brauchen wirklich die Kleine. Wir brauchen wirklich die Kleine. Wir können nicht so gehen. Ich mag es nicht. Es ist besser für sie aus der Haus. Was hast du in mir? Sie sehen, das Barsch da? Ja. Wir haben die Hände. Wir haben die Hände. Wir haben die Hände. Wie wird das helfen? Ich glaube. Ich werde sie wiederholfen. Ich weiß nicht, Mann. Ähm. Ja. Alles klar. Sure. Whatever, Mann. Let's try it. Okay, come on. Das sind nette Leute mit der Pumpkern. Die muss man ja jetzt nicht ärgern. Hey, arm muss ja nicht sein. Oh. Ja, vor allem haben sie einige Zeug. Ja, vor allem haben sie einige Zeug. Das ist eine Hände. Das ist eine Hände. Leo. Was noch sollen sie haben? Aber trotzdem. Du bist so sicher. Ich meine. Du kannst auch empty sein. Du kannst doch zwei mitnehmen für den Grill später. Du kannst doch zwei mitnehmen für den Grill später. Okay. Können wir Burger machen. Können wir Interagieren. Oh, du hast schon was rausgefunden. Hm. Ich habe das Problem schon gelöst. Gut. Du hältst sie leider. Und ich leider. Oh. Du hast jetzt wache. Und guckst, dass keiner guckt. Ach Quatsch. Kannst du schon mit rein? Nein. Oh Mann ey. Who let the horse out? Who let the horse out? Hm. Erotik pur. Warte, lass mich erst mal die Türen aufmachen. Noch nichts machen. Lass mal. Lass mal. Schön, dass du mir hilfst, dass jetzt jedes einzelne Pferd hier alleine rauslassen muss. Sorry. Die Umgebung interessiert mich. Erstmal komm ich nicht. Ich denke mal, du darfst hier einziehen. So ist es bestimmt nicht. So, jetzt sind die Pferde. Jetzt kannst du Lärm machen. Alles voll schön. Mach Lärm. Damit die Pferde abhauen. Nimm schon eine Ecke. Was kann man nehmen? Alter. Ja, okay. Maybe this will work. I don't know. Nope. Not loud enough. Nope. Achso, aber ich brauch doch deine Hilfe hier oben. Bist du sicher? Ja. Dann komm ich mal da hoch. Nervigstes Geräusch ever. Jetzt geht's ab. Bam, Alter. Was ist denn die Pumpgun? Die war da eben noch auf dem Tisch. Oh, dear. Didn't we love the barn? Of course I did. Come on, let's go. Oh, Banjo. Pass auf. Du holst erst Banjo und ich hol mir die Knarre. Dann sind die... Das ist gut verteilt dann. Du kannst am Lager vorher dann Musik machen. Und wenn sie mir nicht gefällt, dann weiß ich wie ich angemessen reagiere. Falls du kurz zu den Schweinen möchtest, ist okay. Ich kann das auch alleine holen. Oh, schweine. Geil. Alter. Iiii. Kann man hier rein, ne? Wir sitzen hier offen. Ist ja auch cool. Oh, ich hab's reißen. Ich hab's reißen. So, warte mal. Ich hab's reißen. Ich hab's reißen. Das ist jetzt unsere Butzi hier oder was? Let's make it nice and cozy. Here we go. Hm, sehr realistisch auch. Ja gut, ich komm jetzt mal rein. Scheiße, was ist denn die Knarre? Mitgenommen hat er die nicht, weil die lag nicht auf dem Tisch. Oder ist das halt ein Programmierfehler? Ja. Guck mal, da kann man rein. Nice. Oh geil, du hast eine Fendung. Ist ja nicht schlecht. Der Wandel vergnet ist. Oh und verwirren sie auch. Einmal rein. Jetzt ist einfach zertrümmern das Teil. Spielst du jetzt Queen? Hey, spielen wir doch was gemeinsam. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir brauchen jetzt die Knarre hier oder irgendwas. Auf keinen Fall. Ich zieh mir jetzt erstmal um. Ist ja geil. Ich zieh mir jetzt komplett weg oder was? Ach, das ist ja super. Das würde ich auch umziehen. Okay, wir ziehen uns um und dann spielen wir was gemeinsam. Hm, und dann knallt er uns ab, der Typ. Der ist noch gar nicht da. Der hat immer in meinem Bettchen geklaut. Der hat in meinem Bettchen geklaut. Ja. Still got the looks. Ah, wir sollen die Knau- äh, die Kary jetzt klauen. Wo soll der denn in so einer scheiß Truck stehen? Was geht ab bei dir? Oh, shit. Eigentlich war nicht so smart. Oh, egal. Ja, vor allem der Typ kommt garantiert gleich wieder. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, sonst kann ich den Truck nicht aus der Garage holen. Aber lass doch erstmal erkunden. Auf keinen Fall. Schau, da oben steht doch einfach das einzige Ziel, was wir erledigen müssen. Alles andere ist nur Zeitverschwendung. Ja, aber die Entwickler haben das doch nicht umsonst eingebaut. Die wollen auch verfügung für mehr Spaß haben. Oh, guck mal, ich kann sogar... Oh, das sollte man ja eigentlich nicht. Ich glaub, dafür bin ich zu anständig. Du ziehst jetzt bestimmt ihre Sachen an. Ja, sehen wir gleich. Oh, nice. Du hast die Pumpkin jetzt her. Ja, die waren die ganze Zeit da drin. Äh, hast du sie nicht gesehen? Nice. Also, ich stehe am Truck. Aber lass uns doch nur was spielen. Ey, das ist doch 100% so... ...ein Achievement-Gamer. Die haben doch nicht umsonst... Ey, geil. Die nehmen mich auch noch mit. Ja, besser Hillbilly als Redneck. Wobei, ehrlich gesagt, weiß ich den Unterschied gar nicht. ...ist du oft an? Keine Ahnung. Wieso war das... Alter. Mach Extreme gleich. Jetzt steh's doch eh nicht hin! Hehehe... Läuft bei dir? Komm doch rein, ich spiel mit mir Da gibt es noch 100 Kronen Erschieben Ich bin hier auf der Flucht Der Entwickler will, dass wir das genießen BAM 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 UPS, verkackt Oh das ist echt idyllisch Ich glaub die sind ausgezogen Man könnte auch weg Alles klar wo bist du denn? Ich fädere Fuf Eisen Was man so macht, wenn man in Bayern lebt. Oh, der war daneben. Die ganzen Mini-Spiele haben sie nicht umsonst eingebracht. Toll, jetzt bist du da, jetzt treff ich gar nichts. Hast du's? Ja. Also das Spiel mochte ich schon nicht in Red Dead Redemption, ey. Da flipp ich eh aus, wenn das neue kommt. Das hat wahrscheinlich dann sogar Multiplayer. Oh, das wär nice, ja. Aber dieses Hufeisen-Spiel, das hab ich echt nicht gemacht, ey. Das war's. Oh, mein Gott, es ist ein kleines Schraub. Es ist nicht so schlecht. Was bedeutet, es ist nicht so schlecht? Hey, es ist sogar ein Schraub. Ich bin sicher, dass hier ein Schraub ist, irgendwo. Ich suche oben. Ah, das ist ja. Ich suche oben. Ah, das ist ja. Wieso bist du auch oben? Es macht ja keinen Sinn. Wenn beide so oben suchen. Ja. Was passiert denn? Keine Ahnung. Achso, du hättest dich hier an den Haken hängen können und ich hätte dich rüberbringen können. Oh, war das ein Haken? Ja. Das war der Haken an der Geschichte. Gut. Das hat gleich mit hochkommen sollen. Ja. Ich hab hier die Knarre jetzt, ne? Deswegen hab ich trotzdem keinen Respekt. Ich kann dich ja jetzt einfach hier in der Mitte hängen lassen. Schau. Hier lass ich dich jetzt hängen. Ah, mach schon. Ja, immer muss ich noch zurück. Das abgehangene Steak schmeckt einfach besser. I can't hang in there. Hang on, dude. Was gab? So. Wie war das nochmal? Du trägst, ich träg den Reifen, du trägst die Verantwortung. Hä? Hä? Ah ja. Soll ich dich jetzt echt wieder hier rüber holen, oder? Nee, wieso ich kann runterspringen? Sicher. Ja, sicher. Hab ich vorhin auch geschafft. Tschüss. Du kannst den Reifen ja auch alleine anbringen. Da muss ich nicht so viel arbeiten. Let's find something to lift the car. Alles klar. Das baue ich wahrscheinlich auch noch gleich. Ich wollte echt, dass du ein Reifen jetzt. Ich glaub dann. Du kannst den Reifen jetzt machen. Hast du den Reifen hier? Oh, okay. Ja, es ist Sigi. Ja, es ist Sigi. Nee, echt nicht. Der hat ja ganz schnell gemerkt. Ja, der Leo ist... Wo ist Reifenrander? Da ist der Reifenrander? Ja. Darf ich das jetzt ablegen? Ja. Hallo? Mhm. Äh, was soll ich jetzt machen? Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe wir brauchen aber den tatsächlich... Na ja, kriegen wir schon hin. Ja, ja, er liegt ja da. Wahrscheinlich ist kein Motor drin, wenn wir das dann dran haben. Warte. Ich hole dir mal schnell das Ding da zum ran machen. Das ist auch noch ein Mechaniker Simulation. Okay. Car Mechanics. 2018. Du kannst schon mal die Motorhaube aufmachen und feststellen, dass kein Motor drin ist. Ich bin ziemlich sicher. Hm, doch. Vielleicht ist es später auch ein Surgeon Simulator. Also du musst das Ding uns da rausnehmen. Nimm das Teil unter dem Rad raus. Das Teil unter dem Rad muss raus. Steck mal kurz die Hand und dann rein. Ich muss schieben, damit er startet. Ja du jetzt. Läuft bei uns. Oh Mann ey. Die Profis. Du kannst es nicht. Hm. Wahrscheinlich hat er keinen Benzin. Wahrscheinlich hat er keinen Benzin. Ja du jetzt. Ja. Guck mal. Erstmal hier aufmachen. Mann. Kannst du doch mal so richtig. Ding. Guck mal. Ich hab hier schon Sprit. Nimm mal einen Schluck. Vielleicht ist es auch Whisky. Ich stehe einfach mal dabei am Punk rum. Soll ich mich erstmal füllen? Ja, sonst springt er nicht an. Hahaha. Weil du gemeint hast irgendwie. Du kannst eine Streichhals reinwerfen während ich gerade nachfülle. Ich drehe eine Runde. Er trifft aber gut. Es ist Gas oder Grass. Weißt du ja. Kannst du mal das Ding uns da ran machen? Das Kabel? Kann ich das jetzt noch von der anderen Seite da was? Zeig mal. It seems so. Vielleicht ist dein Charakter nicht schlau genug um das da anzuschließen. So. Wahnsinn, ich konnte es jetzt eigentlich nur von der anderen Seite anstecken. Willst du fahren oder soll ich? Ich bin ein Baller dabei. Ich bin ein Ballermann und ich bin ein Baller. Abgefahren. Ach jetzt ist's. Und eine Waffe. Na ja, der tut trotzdem weh. Macht er die Karre kaputt? Und Reifen kaputt. Super Schütze. Das ist so ein Jump Cuts in einer anderen Zeit. So ein bisschen Musik während der Ladezeiten wäre nicht schlecht. Wir hätten vorhin Musik haben können. Du wolltest nicht mehr spielen. Hä? Die haben das nicht umsonst eingebaut. Aber wahrscheinlich dachte ich, es ist interaktiver als es ist. Oh, jetzt kannst du ein bisschen ballern. Ballern. Ich baller, was ich soll. Das passt sehr gut. Okay, das Fahrmodell ist ein bisschen merkwürdig. Einen hast du, glaube ich. Wow. Eieieieiei, was ist denn los? Lass mal nachladen. Bleibst du nicht so aggressiv? Nein, das ist immer nicht mehr. Wir sind ein bisschen angestachelt vom neuen Polizeiaufgabengesetz, glaube ich. Sorge mein. Deswegen haben wir vorhin noch Fisch gegessen. Jetzt verstehe ich alles. Eigentlich wird gefastet, oder? Wann ist fasten? Äh, ne, davor, davor. Ich hab keine Ahnung. Wow, ich hab nicht nach vorne geschaut. Oh Mann ey, die Scheide ey. Ja, mach. Wie viel, wie viel Patronen hast du da drin in der Pumpgun? Oh Mann. Unendlich, oder? Wow. Alles gut, alles gut. Okay, weiter geht's. Jetzt wär's nice, wenn's sich in PUBG verwandeln würde auf einmal. Oh Mann. Alter! Come on! Ja, die Fahrmechanik ist echt ätzend. Ja, ich wollte kurz sagen, also, wer wollte das denn? Schieß! Schau mal, der hatte gerade noch gebrannt, ey. Am Ende des Tunnels ist bestimmt eine böse Überraschung. Ich seh's jetzt schon kommen. Hey, der hat gerade noch gebrannt. Super programmiert. Alter. Ich seh's jetzt auch nicht richtig. Alter. Wie oft nicht richtig. ich bin doch nicht Toll ich kann nicht hupen, vielleicht erwischt ihn noch einen Jetzt schon Na ja, ist ein komischer Splitscreen jetzt Ich würde sagen, du ruderst und ich setz mich rein Du musst helfen Wir sollten mal aufrüsten langsam wie amerikaner Ja, ich glaube, die sind auch wirklich unterbesetzt Ein kleiner taktischer Nuklearsprengkopf hätte hier auch geholfen, denke ich mal Start rowing Wieso wechselst du die Seiten, jeder auf einer Seite? Also die Grafik ist tatsächlich ganz gut, aber durch den Splitscreen ist die Wiederholrate Auf 30 bildern glaube ich Und bis 60 würde es ein bisschen besser aussehen Außerdem ist gerade kein Splitscreen ist mir aufgefallen Obst Man kriegt das gar nicht mehr so richtig mit Kannst du mal schneller paddeln? Sonst gibt es eine mit dem Paddel Ja, doch, sieht schon nicht so sauber aus Aber wahrscheinlich braucht man eine PS4 Pro, wie du fährst Falsche Richtung Jetzt gegen lenken Wir müssen das alles mal nachmachen Jetzt läuft's Cool Ja, ich sag ja, das ist wirklich ein Pott Links Links Ein Pottpourri des guten Geschmacks Links Ein Pottpourri Ein Pottpourri Dann fahren wir Dann fahren wir ein bisschen Dann schleichen wir Dann schlagen wir ein paar Dann schlagen wir ein paar in Kürten aufs Maul Wenn du es durch hast, kannst du es noch schnell auf Ebay verticken Das Spiel, solange es noch einigermaßen neu ist Dann kriegst du vielleicht noch einen Zwanni dafür Weil nochmal wird man es wahrscheinlich nicht spielen, ist das Problem Dann vielleicht eher noch hier dieses Uncharted das Neue Oder das Neuere Ja, ich sag mal Ich find's schon in Ordnung Also es kostet Ist das genau das Ist das genau das Ja Das ist gut gemacht, ja Und das Spiel verspricht ja auch genau das, was es dann hält Das ist halt ein Koop Story Lastiges Spiel Jetzt haben wir es ja dann langsam Er sagt da einführen Er sagt da einführen Endlich ein bisschen Action Äh Daraus könnte man ein eigenes Spiel machen Downhill, Riverrafting Das gibt sicher, oder? Nee Bei Grand Theft Auto würde das ganz gut passen Daran ändert mich auch unentwegt Ja, ja, perfekt Und so von Ja, ja, perfekt Und so von Ja, voll Waterfall, Waterfall Äh, von den Lichterfests und so weiter, ja Aber auf jeden Fall auch von der Engine Ich wollt grad sagen, mich würd mal interessieren, welche Engine es ist Uuuuh, schnell Äh, achso Ich müsste ja hier Alter Was machst du? Nichts gemacht Wir müssen aufpassen, welche Richtung Ähm, pass auf, dann die Wett Am Anfang des Spiels Was? Naja, ey Pass auf, jetzt links vorbei Also beide nach rechts gehen Links vorbei, alles Ja Und gegen lenken Ah, doch Ich hab's Jetzt rechts vorbei Rechts vorbei Rechts vorbei Warum? Weil wir dann ab, äh, war vielleicht Scheiße Scheiße Ich dachte, wir können dann Ja 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 Ich dachte, wir können dann vielleicht, äh, gegen abbremsen, aber es hat nicht geklappt Ja Ja Okay, lass uns treiben Du weißt schon, dass wir gegen lenken müssen, oder? Nee, das hat aber alles schon gepasst Naja Naja Tschüss Tschüss Ja Das muss ich mir von dir schon helfen lassen Ich versuch's Nimm meine Hand Schon wieder Hast du dir die auch gewaschen vorher? Ja 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 Und Boot fällt runter Alles klar War klar War klar Und schon wieder hätte es sich voll nach unten gerissen Alles gut Ja Alles gut Ja Okay 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 Let's get out of here Alright Was ist das? Was ist das? Giesinger? Hm? Das kenn ich nicht Was ist Giesing? Ich hab keine Ahnung, wo das ist Ja Ja Das möchte ich gern nächstes Mal, wenn ich da bin, trinken Ich bin morgen in München, fällt mir ein Hm, Star Wars & Concert Ja 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 Ich weiß was du denkst Aber gehen nach Harvey wird nicht einfach Ich wusste Ich wusste Aber ich gehe nach ihm Mit oder ohne dich Willst du sterben? Ich will ihn weg Er ist ein kaltes Blutzer Der Welt wird ein besseres Ort ohne ihn sein Lass dich anrichten Ja Du hast mir nie gesagt, Leo Was ist deine Geschichte mit Harvey? Before ich mich verabschiede Ich und Harvey haben einen riesigen Wert Bank Job Nein Du hast nie gehört von der Black Orlov? Bist du wirklich? Die Diamond? Wie hast du das gemacht? Ein vieles Planung und ein bisschen Glück So, was passiert? Alles war unser Weg Wir hatten sogar einen Buyer Aber dieser grödie Fuck hat andere Pläne Tja Rückblende Vielleicht der 70er war der Coven, oder? Ähm Oder 60er sogar Es könnte ein End-60er Auto sein Ja, bei den Sicherheitsverkehrungen im Knast 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 Hm Weiß ich nicht, also es müsste auf jeden Fall Ja, es müsste auf jeden Fall Na Ewig lang Es könnte umfliegen Es könnte umfliegen Es ist alles da Ich glaube 60er Oh, bei den Koteletten Du kannst sogar recht haben Wobei, wie gesagt Ich hab das schon mal angesprochen Wie gesagt, ich hab das schon mal angesprochen 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 Hm Es ist auch Nicht ganz so krass, aber Na eben Nicht ganz so krass Natürlich ist es Du kannst mich immer immer vertrauen Aber ich bin niemanden, mein Freund Das ist eine Halle Du kannst mich selbst Oh Was denkst du? Nein Ich habe das Das ist die Schwierbar als ich dachte Das ist Es ist Forts für die Shepherd Die Lehrer Du zum Beispiel Warum tust du das, Harvey? Ja, und er hat dann gleich überfahren, hätten wir zwar kein Spiel, so, alles richtig gemacht. Echt? Schönes Bitmap im Hintergrund, vielleicht sind da die Bäume hier vorne, ist ja heftig. Eheh hehm. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really wanna take Harvey down, huh? Like I said, with or without you. Without, without you. Ja, da habe ich jetzt nicht mehr aufzuknallen, so viele Leute sind aufzuknallen. Alright. Where can we find this Ray guy? Ja, er ballert halt gerne, genau wie. Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family is safe first. Jetzt haben halt auch mal was treffen sollen. Let's go. Ballern, einfach ballern. Es muss nicht treffen. Du bist so ein Sylvester-Typ, glaube ich. Ja, deswegen, ich freue mich auch auf Red Hat Redemption 2, ganz geil. Hoffentlich kann man das Koop spielen. Das sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus. Pass auf, wenn man es zusammenspielen kann, hole ich es mir auch für die PS4. Da wird es ja zuerst kommen und dann wird wieder ein Jahr später die PC-Fassung kommen, nehme ich mir stark an. Ach, das ist hier. Don't go too far, Alexei. Da wei, da wei, Pliad. Da wei, da wei. Hä? Der Ding ist doch... Der Ding ist doch ein Russe... Äh, nee, Quatsch. Ein Italiener, oder? Ja, aber sein Sohn ist Alex, ey. Schau, Lügnerin. Alexei! 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 Ah! Leo! Da haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, sicher. Ein bisschen Kümmer noch, oder? Ich habe ja gerade ein frisches Bitburger aufgemacht. Bitburger? Wir waren immer zusammen. Ah! Prost! 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 Oh, das ist jetzt so der Bart. Warum er erklärt... Er erklärt jetzt, warum er Verbrecher werden musste. Ich krieg ab und zu Chat-Benachrichtigungen hier, äh, angezeigt auf der Playstation. Aber ich sehe nichts im Chat. Also, wenn jemand etwas schreibt, ich sehe es leider nicht. Sorry. Sorry. Aber ihr könnt ein paar Follows da lassen. Es fehlen, glaube ich, noch 6 für die 200 Follower. Davon habe ich zwar nichts, aber es sieht cool aus. 200 Follower eigentlich schlecht. 196 oder 194 sind es, glaube ich, ja. Okay. Ich war jetzt aber auch... Hast du in letzter Zeit? Ja, ja, ich war jetzt auch drei Monate nicht mehr richtig online, aber davor halt schon übel viel eigentlich. Das ist ja eine Konkobin, ja. Ja. Ist ja eine Konkobine. Ja. Du hast den kleinen Stebgerst. Da heißt es nicht... Da ist nicht Stebgerst, der heißt Alexander. Ich weiß auch nicht warum, weil ich mag halt diesen Klischee Dialekt Keine Ahnung, aber Leute, die in Trailern wohnen, sind die Besten, das weiß man ja Die Frage ist halt, also eigentlich, wenn es nicht so assi wäre Also im Klischee ist es zumindest so, aber wenn es halt mietfrei wäre, wäre es schon ziemlich geil Der spielt gern Baseball Alles klar Leider nicht, tut mir leid Uh Du Lass dich doch mal hin Hinschend Ich bin so aufgeregt Ich seh gleich meinen kleinen Stadtgast wieder Der will ihn nicht mit dir reden, weil die Mutter gelogen hat, dass du in Italien wärst Achso, stimmt Ja, der wird sich Da wird gepimpert Ich muss da mal rein Na schade, ich darf mal gar nicht da reingehen Okay Alter Redneck Redneck Paradise Blablabla Match of Lies Ich weiß nicht wie der Text von Gangsters Paradise geht, shit Ist zu lang her Das geht hier so, können wir was klauen, äh, abstauben Eigentlich wollte ich mit Knüppeln mit einem Nagel dran bauen, aber es geht wohl nicht Aber ich frage mich, wenn du eine 30-Jährige Frau gesehen hast, mit einem Kind, so großartig Ja Sie ist heiß, nicht wahr? Natürlich ist sie Hey Du siehst du wie du kennst Du kennst dich um die Autos Ich Ja Warum tue ich mich? Ich hätte einen Job für dich Interessiert? So, wann war es die letzte Mal du sie gesehen hast? Ich bin nicht für einen Job Du sicher? Es ist gut Geld Getsch du aus dieser schade gering Ich bin hier nicht weitergekommen Ich hab gesehen, du suchst ja gerade einen Job oder so, oder? Nee Oh, hier geht's weiter Da ist er Oder, da ist so eine Mann Ich hab deinen Sohn gesehen Ich entfühle ihn jetzt Dann hole ich löse Geld von dir Spielt ihr auf einer Baustelle? Jetzt komm her hier Und hilf mir immer schieben Die Mülltonne schräg schlecht den Schlafplatz wegschieben Jedi Pooh Oh shit Oh shit Toll ey Toll ey Alles in Ordnung hier? Was willst du? Geht aber auch, wenn wir dich fragen, wenn du Fragen hast. Nein, ich gehe auch in Ordnung, ich bin hier ziemlich beschäftigt. Ja, das ist ein Bad. Dein Schwester ist aus der Prise. Stopp, kenne mich Mann, okay? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Hör, wenn er dich versucht, Kontakt zu machen, dann lass uns das wissen. Ja, sicher. Danke schön. Tschüss. Was? Die neue Unreal Engine sieht übrigens heftig aus. Ich habe euch eine Star Wars Demo angeschaut, war der Wahnsinn. Battlefield 2, oder? Ne, ne, also die neue Engine von Unreal. Oder von... Von... Genau, da gibt es eine neue. Ich schicke dir nachher mal einen Link. Ja, ja, ich bin gut. Gut. Auf Discord. Hey, Alex! Schau, wer ist hier? Alex! Sag mal, geht's überhaupt noch besser, ey? Das sind noch mittlerweile sowieso schon... Ja, also das... Das, äh, die Grafikdemo von der neuen, äh, Unreal Engine so aus, als würdest du einen Ausschnitt aus Star Wars sehen. Wahrscheinlich stinkst du nur Knoblau. Aber wenn ihr jetzt schnell noch einen neuen Nachwuchs produzieren wollt, kann ich auch draußen irgendwas klauen so lange, oder so. Ja, er sah es in den Papers. Hm? Ja, so, wenn du... Ja, wenn du, wenn du auch alles machen willst. Ja. Wenn nicht. So... Is this the guy? Ja. Ja, und jetzt ist du schon für mich verliebt, Scheiter... ... es war wohl nix. Nix, 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 nix. Nix, 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 nix... Aber Sharing is caring. Sharing is caring? Was, Trichelt? Du hast sogar einen Bratnimo. Ja, das ist ja das Schlimme. Äh, das Schöne. So, jetzt kann ich so ein bisschen voller arbeiten. Schau, jetzt mach ich mal einen Move. Uh, genau der richtige Satz. Jetzt frage ich, wieso sie eigentlich härter ist als Neo. Ah, ich hab die falsche Frage gestellt. Scheiße. Genau, red du mal mit dem Burschen. Dass aus dem was wird. Frag mal welchen Fußballfeind er mag. Ich spür ein bisschen Dart. Na ja, hätte auch gedacht, dass er Geschmack hat. Oh, Bullseye. Was? Na ja, wenigstens haben sie so viele Linkspiele eigentlich schon. Ja, irgendwas musst du hier machen, während du da rumtust. Ja, gibt's doch 100 pro total viele Achievements für diesen ganzen Minikram. Oh, ich verpuck mich schon wieder. Äh, ich hab 100 Punkte. Echt, kochst du was? Ich setz mal ein Tee auf. Hast du ein Bier im Kühlschrank zufällig? Oh, die braucht was. Ich helf ihr mal. Sprich, du mal mit deinem Sohn. Ja, gut. Ey. Was ist denn jetzt? Ja, ich weiß nicht. Du bist ja sportlich. Halt dich bitte ein wenig zurück, okay? Sie hat gesagt, sie braucht jetzt mal einen Schraubstock. Echt? Ja? Was ist denn los mit der Linda da? Na, die war halt lange allein. Und jetzt bist du wieder da und ein richtig harter Typ. Da weißt du nicht so richtig. Das ist halt ein bisschen durcheinander. Ja, läuft nicht. Geh doch mal zum Baumhaus. Stimmt, aber Nase des Mannes, weißt du ja. Jupp. Also mach immer nicht zu viel Hoffnung. Außerdem, was geht denn? Du hast eh eine Ische zu Hause. Doppelt hält besser. Alter, wie ich versag hier beim Motorrad anschmeißen. Ähm, ja dann helfst du ihm mal und ich schau nach mir. Das liegt alles am Leck. Ach guck mal, Baumhaus. Bart und Millhaus sind wahrscheinlich da drin. Oh, ist schon schön gestreift alles. Oh, dieses Skandal. Oh, Trophäe erhalten. Echt? Ja, aus der Mechaniker bist du jetzt. Ja, das fiese ist der... Der Koop-Spieler, der kriegt die Trophäen nicht. Das muss immer der... Der Spiel Lieder sozusagen kriegt die alle. Schau, schau, du hast jetzt eine Aus- und Trophäe. Nein, nein, die hast du bekommen. Nicht ich. Na ja auch, danke dir. Ja, du hast ja eh das Spiel bezahlt. Das passt schon. Da teile dich auch mal gern. Ich hab keine Ahnung, ich soll dir anscheinend das Motorrad... Hat sich, hat sich geklärt. Hat sich, hat sich geklärt. Ah, jetzt. Hämmer dir erst mal ein bisschen. Rein mit dem Flock. Hämmer, wie hämmer der? Oh, this sign is beautiful. WM's die Hämmerhalle. Ah, er nähert sich. WM's die�reit sich. WM's die Hämmerhalle. Wenn man verschreuchen. Ah, geht doch. Ah, geht doch. Ah, das ist ein Schügel. Wir können doch mal ein bisschen Darts spielen. Das war doch kein Spielball, ja. Oh Gott, ich werde sofort um- ich werde nur um-tacklen sofort. Aber du hast doch, du hast doch das NBA-Spiel doch nie gehabt. Ja. Hä? 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 Okay. War wohl ein Airball. Ich kann nix machen. Nice! Wieso kann ich dich nicht fallen? Daddy, pass it on me! Ja, würde ich gern, aber... Nein. Alter! Versenk ihn! Boah, nimm dem kleinen Jungen doch nicht den Ball ab, ey! Wir hauen jetzt weg! Da musst du's lernen! Da musst du's gleich lernen, wie's Leben läuft! Wuuup! 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 Das ist auch nicht drin! Vor allem... EA kann ja sogar Basketballspiele mit der Engine machen, aber das ist ja... Das ist wirklich lächerlich! Da würde ich... Catch, buddy! Catch, buddy! Versenk ihn! Wieso wirft er dann nicht? Spielen wir eigentlich alle zusammen, oder was? Ja, aufsichtig! Kann ich auf den Korb aufwerfen? Oh! Free Frau! Wirf! Äh, so wirft man auf jeden Fall nicht! Ja, direkt ins Netz, man! Nein, da war nicht drin! Uh, schau ich... Ich hab mehr Beziehungen mit deinem Sohn aufgebaut, als du! Du Loser! Alter, wie er mich jetzt Papa nennt! Du kannst... Du kannst... Geh doch in den Knast! Shhhhhhhhhh! Kannst du bitte mit deinem Sohn sprechen? Jetzt bring ich ihm bei, wie man Drogen verkauft! Ich sollte ihm erstmal beibringen, wie man passt, sehe ich gerade! Wuuup! Und... Uuuup! Alter, wie er zum Trailer lauft! Ich wusste genau, dass ich dich decke! Alter, wie schlecht der wirft! Hm, der hat fast getroffen! Kuss! Das ist, was das ist! Das ist, was wir entschieden! Ich glaub, wie auch mit ihm so! Die Arachen, lieber! Oh, halt, was! Wir fangen alles an! Ich geh' nachher, ich geh' nachher, Harvey! Ich geh' nachher! WUP! Was ist denn der kleine Bastard? Ah, äh, äh, Typ, mein ich! Wie umsonst, du zahlst nicht später, dass ich bei Babysitter? Grundschaf ist yammy, sondern yammy, richtig. Uh, du kannst wieder ballern, wenn du verstehst, was ich meine. Geil. Ballern. Einfach drauf ballern. Apropos ballern. Ich weiß, dass ich gerade aus dem Knast gekommen bin. Ja, die sollte eigentlich auch mal ein bisschen helfen. Eben. Aber eine Sache wäre schon noch zu klären. Ich liebe dich. Wenn wir jetzt jahrelang in den Knast fahren, dauert das ja eh nicht lang. Ich bliege gerade deinen Sohn an. Ich sehe schon, dass du meinen besten Freund gefunden hast. Das ging aber jetzt wirklich schnell. Ja, die Kinder so schnell lebe ich, die vergessen schnell. Kannst du noch ein Spiel spielen? Jetzt komm mal, gib mir einen Hund. Wahrscheinlich überlebt dein Charakter das Spiel eh nicht und ich muss die Familie übernehmen. Ja, ich bin voll. Er wollte ins Heim, hat er eben erzählt beim Basketball. Haha, das ist fies. Oh, Kapitel abgeschlossen. Ich denke schon Extrem kriminell, jetzt sind wir noch Schwarzarbeiter Hey, 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 where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Okay, don't love me. Oh, yeah? And you're gonna stop me? You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right, though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is it with you guys? Just keep calm and calm and calm and calm and that's how we keep you honest. That's right. There you go. Apparently, he has two Hammer at the start. You better hope you build a code, man. Stay better in the code, or something. It's probably a construction site from Battlefield Hardline. What? Stimmt, they have the building rigged... There's a field hard line, don't you know? What is that? You're still on the building. But here's nothing that can fall down, look. What's the hell? I can't help it. I've been like this as I was a kid. Yeah, right. I bet you were just a sweet little boy. I was a tough guy. You're just a tough guy. Are you being sarcastic? Oh, nice. 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 Interessanterweise scheint im Chat wieder geschrieben zu werden. Ich kann's leider nicht lesen. Schade. Siehst du irgendwas? Sorry. Can I ask you a question? Okay, weil er grad was angezeigt hat. Wir müssen den Vorarbeiter suchen. Schade. 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 Ich muss das auf amigos. Was für sinnvolle Gespräche. Laber du mal mit dem hier. Dann laber ich mit den nächsten. Oh, arm drücken. Oh, ich will auch arm drücken. Du kannst das überhaupt nicht. Bist du so schwach. Willst du mich verarschen? Willst du, dass ich jetzt arbeite und du kannst dir Spaß haben? Ich glaube, du musst herkommen zum Arm drücken. Der Arm-Wrestling-Similator. Ja, okay. Ich weiß noch nicht, wie man das macht. Come on, come on! One, one. Warum musst du machen? Good-Cheater. Alter! Ah! Klassiker. Wer-Mortal-Compat. Ich hab mit meinem Fingernagel gespielt. Wenn man nicht aufpasst, ja, einfach rüberrubbeln über den Knast, äh, die Taste. Dieser Model-Compat halt früher. Aber du machst halt die Fingernägel damit kaputt. Los, schnapp'n dir. Mach dich fertig, Alter. 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 Fahre den Aufzug mit mir, fahre den Aufzug die ganze Nacht. Das ist ja ein Koop-Spiel. Der ist aber gemein. Uh, jetzt aber. Grüß, lauf hinterher. Von vorne oder von hinten? Du brauchst nicht antworten. Ich weiß nicht, wie ich den krieg. Ja, ich weiß nicht. Alter. Wahrscheinlich werden wir ihn von beiden Seiten dann erwischen. Ja, die gehen sich richtig schnell. Sie sind total schön gestaltet. Die Bauernstelle. Heftiger. Ja, hallo, ich flog doch. Was soll ich machen? Was soll ich sein Wurstbrot weggestoßen? Scheiße. Das war Hunger der Typ. Mit schöner Kochsalami. Juhu. Juhu. Aus dem Weg. So, erstmal wieder Aufzug fahren. Ein Aufzug rennen. also wenn du auf der baustelle arbeiten willst das kann ich organisieren du gehst die treppen hoch ach wenn die leute okay sind verdienst halt nix und du machst den körper halt kaputt dafür arbeitest du meistens nur im sommer sehr gut aber ich kann mir nichts machen erst mal dixi öffnen es ist ein anderes container hier jetzt checken es ist schon schön ich brauche Hilfe du musst schnell herkommen und es kriegt die Tür nicht auf ja so lange das aber ich glaube es gibt immer ein Weg rechts 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 ja genau der rennt halt nur weg ich zoniere meine Schultern dabei der ist noch nicht drin ist aber illegal ich massiere so lange meine Schultern mehr Bier kein Bier vor halb vier alles danach geht was ist denn schon wieder? muss man schon wieder helfen ok 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 6 8 9 5 5 5 5 5 8 8 8 9 9 10 10 13 10 14 15 15 15 20 15 22 16 15 20 kann nicht unter hier noch zu weit oben ach kannst du auf die auf die container hoch vielleicht ja ja ich glaube jetzt schau mal hier schau mal hier her Alter zu den Containern zu den links jetzt links da hoch zum weißen Containern da doch nicht na was habe ich nur verdient mit dir zu spielen links genau da wo die Container sind auf einen kannst du bestimmt drauf das da da sind das halt Rehgipswände das sind Rehgipsplatte das sind keine Container ich kann da auch nichts machen schau jetzt ist es ganz unten weiter runter geht es echt nicht mehr kannst dich nicht da draufsetzen jetzt kann man sich nicht da draufsetzen was ist für ein Scheiß warte mal was übersehen wir na ich nix ich kann nur den Kran pass auf du steuerst jetzt den Kran ist mir grad so doof ja ok alles klar machen wir es mal so lass den Profi ran ja weg vom Kran ich merk schon ich bin schon weg zu Depp siehst du das nicht ne das spinnt das Spiel einfach ach so du bist eingefroren kann es sein dass bei uns die Verbindung gekappt ist nö du bist bei mir die ganze Zeit eingefroren am Kran ach so jetzt ist es disconnected geil und ich denk mir auch lad mich mal noch mal ein bestimmt müssen wir jetzt wieder aus dem Knast ausbrechen ne 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 die Dinger sind gespeichert wahrscheinlich musst du noch mal kurz ein Baby-Sitter spielen das kann sein das wär aber hart ah scheiße komm lad mich ein ja ja warte warte ich muss tatsächlich erst noch mal Sitzung erstellen dies ist die 3 Version auf der Way Out und die Player will wenn die invited by a friend to uns die full version muss ich die jetzt echt noch mal einladen ja ich hab schon überlegt ob du behindert bist dass du den Haken nicht greifst jetzt ist alles klar es hat sich nichts gezahlt bei mir da sind die Früher aufgekommen und dann aber weißt du wo es mir aufgefallen ist du hast doch auch ein Split Screen gehabt du hättest doch auch bei mir wenn du bei mir guckst sehen müssen dass du dich auf einmal gebeamt hast zack ne bei mir bei mir bei mir lief das richtig normal naja ok musst du im Stream mal anschauen hast du mich schon eingeladen jetzt habe ich dich eingeladen ja ach 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 hast du die Einladung ja ja ich ich war schon am zweifeln über dich aber jetzt weiß ich ja es lag nicht ganz an dir aber das ist nett ach vielleicht hat er meine internetverbindung unterbrochen das macht er einmal am Tag aber normalerweise nicht um elf wir sind wieder auf zwei äh zuschauer runter von wir hatten mal vier kurzzeitig ja aber man wahrscheinlich haben die die zugeguckt und auch sich gedacht ach 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 erst mal facepalm ach 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 die hätten ja ein hush-like da lassen können ach ach naja wenn wir das mit dem kran geschafft haben werde ich aber auch aufhören also wenn wir den typen gefangen haben ja ja ich muss morgen zwar nicht richtig früh aufstehen aber relativ früh und ich muss mit dem hund noch raus uuuhh ach du gehst ja ach guck mal so super ja es geht ist jetzt zwar nicht direkt an der Stelle aber ne das passt schon das ist schon in Ordnung es gibt doch einmal die äh die ua 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 sorry äh die 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 eine Jagd jetzt das war hallo geh mal weiter ich versperre den Weg nun hallo 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 pass auf jetzt stell dich mal vor den ich weiß ja wo er ist vielleicht kriegen wir ihn wenn wir nicht rauslassen guck mal her ich hab Schauen wir uns erstmal die Biere. Schau, ich hab die Biere gefunden, die sind genau da. Die Gummibierchen. Super soft, der ist hier drin. Kommst du her? Weil eigentlich ist es unlogisch, dass er jetzt abhaut, wenn wir beide vor dem Container stehen. Aber es ist halt gescriptet. Soll ich da drin? Soll ich aufmachen? Ich mach auf. Ah, super wie es funktioniert. Bei mir ist es tatsächlich nicht gescriptet. Ja, mach mal's gleich auf. Hä, wie schlecht. Jetzt nimm du am besten den Kahn. Ich überlasse den Kahn, das kriegst du schon. Den Kahn. Kahn, der löst. Schlechtestes Wortspiel ever. Jetzt lass ich ihn einfach runter. Ah, schau, jetzt tut sich doch was. Wunderbar. Kannst du nehmen? Ja. Ah, geht doch. Ja, das ist dynamisch, gell. Weiter? Wie komm ich jetzt da hoch? Du wirst. 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 Gleich haut er dir eine rein, siehst du? Oh, yeah, yeah, yeah. Gleich mit der Axt. Würf ihn zu mir runter und dann hau ich ihm eine rein. Hey, er ist meine Verkassung ey. Ich wünschte ich hätte jetzt nen Ballermann. Ich würde mir wirklich zwischen die Augen ballern. Oh, yeah, yeah, yeah. Immer diese Gewalt. Also ich muss sagen, langsam gewinnt das Spiel so ein bisschen an Action dazu. Das ist schon ganz gut. Oh, jetzt haben wir ihn gleich. Der Prison Park, der Prison Park, der Prison Park, der war schon relativ kurz, wenn wir sagen. Ja. Da ist auch nicht schlimm. Also überhaupt nicht schlimm. Ich finde es eigentlich auch ganz geil, dass wir diesen Meer, außerhalb des Knacks salieren. Warte, wieso? Kann ich mich schneller bewegen? Ich brauche deine Hilfe, irgendwie. Vielleicht kann ich mich irgendwie nicht schneller bewegen. Da hau ich ihm so lange immer aufs Kinn. Mach das. Soll ich mir auf den Sack gehauen. Oh, shit. Oh, shit. Gar? Jetzt kannst du. Weiß. Jetzt kannst du. Ich hab nen. Na ja, doch nicht. Der wirkt mich. Da war aber deine Schrecke echt kürzer, ey. Da hab ich mir jetzt echt so ein Eck gemacht. Jetzt wirfen vom Dach los. Na ja. Im Endeffekt war es so viel schneller. Was hab ich mir denn in den Eck gegeben, ey? Schön. Ich geh mal anders runter. Das ist ja geil. Das ist ja voll lustig. Oh. Geh andersrum. Geht nicht. Da oben, es gibt hier schon. Jetzt geh. Ah, jetzt. Geh andersrum. Lauf links. Let me go. Yes, du wix. Sorry. Ah, shit. Ich hab jetzt gesagt. What do you think you go? Get your hands off me. Nicht schlecht. Okay, Entschuldigung von meiner harsche Aussprache. Mir macht das nix. Jetzt werfen wir ihn runter, oder? Nee, lass mal. Also ich mein, ich wüsste ja theoretisch sowieso schon einige Jahre sitzen. Ich will es nicht noch mehr haben. Na jaa. Mach dir auch nix mehr aus. Dann hole ich den Ballermann raus. Ich hab gar keinen Respekt vor dir. Ich hab schon wieder so ne Foltersequenz wie bei GTA. Die war ja sehr umstritten. Jupp. Oh, ne Geldgirch. Oh, ich glaub, die kann ich einstecken. Oh, ein Schweißbrenner. Ah, nee, oder? Das ist echt ne Foltersequenz. Ach, echt eine Scheiße. Muss eigentlich wirklich nicht sein, da mal. Was soll's. Ah, soll ich jetzt echt mit dem Schweißbrenner ran? Warte, bevor du mit dem Schweißbrenner kommst, hau ich ihn erst mal ins Brecheisen über. Ist das bescheuert? Wahrscheinlich muss ich ihn in die Augen reinstecken. Oh, okay. Das hab ich mir anders vorgesprungen. Ich dachte, ich muss ihn blenden oder so. Ah, nicht, dass die echt am Ende noch wollen. Eier, nicht mit dem Schussgeleet. Ja, klar doch. Das ist ja wohl die brutalste Vorstellung, die es gibt, ey. Ah, okay, du machst das nicht, oder? Ich hätte es schon gemacht, aber das Spiel lässt mich nicht. Ah, sehr gut, sie blöffen. Ja, dann kann ich mit dem Schweißgerät ran. Das passiert eh nicht. Ach, mit dem Portemonnaie kommt man bestimmt durch. Alter. Bestimmt hat er im Portemonnaie ein Foto von der Familie drin. Warte, siehst du da? Das war genug. Ich weiß nicht, was passiert, wenn er nicht geht, aber er ist in Mexiko. Es hat eine große Maschine da. Es ist die Wahrheit, ich versuche. So, das ist, wo der Ratte schlägt, oder? Ja, das ist, wo er ist. Du sagst ihm, ich sagst dir. Du sagst mir, was du tun? Okay, okay, calm down, man. See you later. Hey, let's go. Guys! Ja, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu stoppen, oder? Dann spielen wir es morgen zu Ende, außer man kann jetzt noch Arm drücken. Ich glaube nicht. Morgen zu Ende? Ich glaube, wir gehen nach Mexiko. Ja, klar. Viel ist nicht mehr, glaube ich. Du wirst ja in Mexiko dann jetzt jagen und dann wird es durch sein. Jetzt haben wir ja viereinhalb Stunden, glaube ich, oder vier Stunden insgesamt. Also, ich sage mal, also schnell waren wir jetzt auch nicht unterwegs. Gut. Ich gebe zu, das mag man nur an meiner Spielweise liegen. Ich schaue halt einfach gerne bis hin und her, was es da so gibt, aber... Naja, macht ja auch Sinn. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja noch zwei Sessions, ist ja auch nett. Wir haben ja noch ein paar Tage frei. Oh ja, oh ja. Yeah. Oh, es gibt wahrscheinlich noch einen Banküberfall vorher. Tankstellen. Ja, es wird immer besser. Wer weiß, was jetzt noch kommt? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut, oder? Ja, sobald wir diese Zwischensequenz endet, könnte ich jetzt stoppen. Dann haben wir einen guten Spoiler, genau, dann haben wir einen guten Spoiler für morgen. Tankstellenüberfall. Dann stopp ich. Jo, bis morgen.